Einmal Mercedes, einmal Opel. Aber Team gewinnt souverän. Die Beschleunigungsphase setzt sich... Ui! Ein fürchterlicher Unfall. Ach du meine Güte! Hm, das ist ein bitterböser Unfall, eine Massenkarambolage. Und das bedeutet mit Sicherheit das Ende dieses Renntags. Hier geht nichts mehr weiter. Ich glaube, jetzt schon sagen zu können, liebe Zuschauer, A, dass alle sehr viel Glück gehabt haben, hoffentlich, und B, dass es hier heute keinen Neustart geben wird. Das ist für mich sonnenklar. Hier ist nämlich niemand mehr, der fahren kann. Es ist das halbe Feld zerstört. Ein ganz böser Unfall. Und wir können wirklich von Glück reden, wenn hier alle einigermaßen gut rauskommen. Es ist Christian Danner aus dem Auto. Das kann ich sehen. Ich sehe dort einen der Mercedes-Piloten. Es ist ein riesiger Schaden entstanden. Ich glaube, der Kalibra von Keke-Roschberg war verwickelt. So wie das aussieht von den Farben her. Puh, hoffentlich sind alle draußen. Kriege ich Entwarnung über Funk?